Hey! Wuhu! Jetzt komm mal raus, komm! Komm her, girl! Komm her, zeig uns was du kannst! Hey, cool! Hey, Mosi, das finde ich nicht so cool. Ehrlich gesagt. Finde ich ja nicht so cool, ne? Auf geht's, Leila, komm her! Komm zu mir! Warum? Hey, die Mama muss auch hier vorne nach Haus? Ja, ich bin noch hier! Ich bin noch hier! Ups! Ups! Und direkt wird er mir weggespült, der Jung. Geh schnell hoch! Ne, das geht nicht mehr. Hier, der Jung. Der Jung zieht sich sein Ding aus. Wo willst du denn hin? Man muss aber vom Wasser weg, mein Schatz. Das ist dir klar, ja? Ja? So? Komm her! Ich bin hier rein! Mit mir? Mit mir? Mit mir? Ja! Okay. Dann mach ich jetzt die Kamera aus und dann gehen wir rein, ja? Mir ist das auch zu gefährlich mit dem Mosi. Ohne seine Schwimmhilfe-Dingen da, das ist scheiße. Ich mach jetzt die Kamera weg, Süße. Komm weg! Komm weg! Komm weg! Juhu! Komm weg! Komm weg! Ja, ich komme, mein Schatz! Nicht nur nicht! Wie bitte? Mach aber die Kamera weg! Nicht anpassen mit deinen Sandflossen! Mach da rein! Okay! Schön der Außen, ne? Ja! Ganz... Da hinten glitzert's und glitzert und es ist total schön. Und da hinten ist es so dunkel und da sind die vielen Fische. Die mögen man nicht. Da ist die Mama und der Mosi. So. Peace out!